Es ist zwar schon jetzt ein bisschen her, aber vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen Aufruf gemacht an euch als Community, ob wir nicht mal gemeinsam eine Low Poly City in Blender gestalten wollen. Die Anzahl der Teilnehmer war echt gewaltig und ihr habt mega viel modelliert und eingereicht und eingereicht und eingereicht, dass ich sogar auf den Discord schreiben musste, ey stopp, wartet mal, ich komme nicht mehr hinterher. Nun habe ich das Ganze für euch zusammengesetzt und wir wollen einfach mal zeigen, wie das Endergebnis aussieht und dann natürlich noch besprechen, was die Teilnehmer gewinnen können, denn ich hatte euch ja versprochen, dass wir dazu noch eine kleine Verlosung machen. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt einen kleinen Stadtrundgang in der Low Poly Bound Fox City. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ich finde das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Es wurden echt viele, viele tolle Modelle eingereicht, also es hat auch echt Spaß gemacht. Und zum weiteren Gewinnspielverlauf, ich habe ja gesagt, es gibt noch eine Kleinigkeit zu gewinnen an alle Teilnehmer und ihr könnt euch natürlich freuen, was es zu gewinnen gibt. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht, habe es jetzt aber auch hier liegen, denn es gibt das Genji Labs Grafiktablet. Ich hoffe, man kann es sehen, ich kann es jetzt nicht in der Kamera sehen, ob es komplett zu sehen ist. Unter allen Teilnehmern verlosen wir dieses Genji Labs Grafiktablet. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, denn das hat uns Genji Labs ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Der ganze Gewinnspielprozess wird nicht auf YouTube stattfinden, also die ganzen Teilnehmer auf Discord, der ganze Gewinnspielprozess und die Teilnahmebedingungen und Co. Also erwartet auch keine Gewinnerankündigung hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was ihr bekommen könnt. In diesem Sinne, schreibt gerne unten in die Kommentare, ob euch die City auch gefällt, ob ihr in Zukunft Lust habt, noch mehr Community-Projekte umzusetzen. Vielleicht wollen wir die Stadt ja sogar noch mal vergrößern. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt bei euch. Nächste Woche seht ihr wieder den Manu. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen mit etwas Splendor wieder. Da habe ich ein ganz tolles Video für euch, da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao.